Am Neusiedler See ist in der Nacht auf Mittwoch erneut Schilfe in Flammen gestanden, diesmal im Mörbisch im Bezirk Eisenstadt und Umgebung. Laut Landessicherheitszentrale Burgenland wurde dabei niemand verletzt, im Einsatz war die Feuerwehr Mörbisch. Das Feuer brach kurz von Mitternacht aus, die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Laut ORF Burgenland konnte im Mörbisch ein Übergreifen auf eine Seehütte an der Müllsammelstelle gerade noch verhindert werden. Gegen vier Uhr früh hatte sich der Brand auf ungarisches Staatsgebiet verlagert. Am Mittwochmorgen gab es noch Nachlöscharbeiten auf österreichischer Seite. Erst Anfang März gab es einen Schilfbrand in Winten am See. Als Ursache für die ausufernden Feuer wird die extreme Trockenheit genannt.